An einem Winterabend im Jahr 2012 findet die Polizei in einem kleinen Dorf im Taubertal die Leiche eines Antiquitätenhändlers. Der Mann wurde erschlagen. Von den Tätern gibt es erstmal so gut wie keine Spur. Doch bald stellt sich heraus, dieser Mord ist nur der Gipfel der Machenschaften eines kriminellen Trios, das vor nichts Halt macht. Nicht einmal vor der eigenen Familie. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem Podcast der MeinPost rund um Verbrechen in Unterfranken. Mein Name ist Silke Albrecht und mit mir sitzen hier in der Redaktion der MeinPost am Heuchelhof Manfred Schweitler, unser Gerichtsreporter und heutiger Gast und mein Kollege Korbinian Wildmeister. Hallo, auch von mir. Hi Manni, hi Silke. Wir sprechen heute über einen Fall, der meiner Meinung nach ausreichend Stoff bieten würde, auch für einen Spielfilm. Zumindest für einen Tatort. Er hat sich aber tatsächlich leider genauso zugetragen. Es geht in dieser Folge nicht nur um eine Straftat, sondern um eine ganze Reihe an Verbrechen. Und zwar um Raub, Erpressung, sexuellen Missbrauch und auch um einen Mord. Ja, und der Fall ist tatsächlich auch ein bisschen komplexer als unsere letzten Fälle. Wird daher wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, den zu erzählen. Die Namen haben wir wie immer geändert und wir beginnen mit dem Fund einer Leiche. Manni, schildere uns doch bitte mal, was sich dazu getragen hat. Es ist der 19. Dezember 2012, also wenige Tage vor Weihnachten. Und wir befinden uns in Unterballbach im Main-Tauber-Kreis, etwa 40 Kilometer von Würzburg entfernt. Also wir sind gar nicht so weit weg von uns, aber schon in Baden-Württemberg. Der Bezug zu Unterfranken, das ist ja immerhin ja ein Podcast zu Kriminalfällen aus Unterfranken, wird später noch klarer. So ist es. Der Schauplatz des Verbrechens, dort in Unterballbach, ist ein Anwesen mitten im Ort, das Haus eines Antiquitätenhändlers. Ein sehr auffälliges Haus, davor standen Terrakotta-Figuren, Gartendeko und allerhand Rödel. Dort wird der 70-jährige Antiquitätenhändler Hans B. an einem Mittwochabend gegen 20.45 Uhr erschlagen aufgefunden. Ein Bekannter hat die Polizei alarmiert, weil er zwei Tage nichts von dem Antiquitätenhändler gehört hatte. Kurz darauf war große Aufregung in Unterballbach, Streifenwagen standen vor dem Haus im Ort, Spurensicherer in Overalls waren unterwegs, es gab Absperrband quer über die Straße und ein großes Interesse der Nachbarn schnell machten Gerüchte die Runde, dass es um ein Verbrechen gehen würde. Wie ist der Antiquitätenhändler dann gestorben? Es war kein Suizid. Am Donnerstag ergab dann offiziell auch die Obduktion. Das Opfer hatte massive Kopfverletzungen erlitten, die mit einem Beil zugefügt worden waren. Hans B. war mit neun Hieben von jemandem erschlagen worden. Und der Angriff kam, wie die Polizei erzählte, wohl so überraschend, dass er sich gar nicht mehr wehren konnte. Gestorben war er schon am Tag, bevor er gefunden wurde, also am Dienstag. Bei der Nachsuche konnte die Polizei schnell in einem Gebüsch nicht weit von Unterballbach die Tatwaffe sicherstellen. Die Täter hatten sie zwischen Unterballbach und Edelfingen, das ist in Richtung Bad Mergentheim, in einem Gebüsch versteckt an der Straße, die direkt in die Kurstadt führt. Es handelte sich um ein Gipserbeil, aber zunächst war unklar, wer dieses Gipserbeil benutzt haben könnte. Darf ich mal eben fragen, was unterscheidet ein Gipserbeil von einem normalen Beil? Das sieht im Prinzip aus wie ein Hammer mit einem rechteckigen Ende des Kopfes und einer abgeflachten Seite, die an eine Axt erinnert. Okay, also die Tatwaffe wurde gefunden. Wie geht denn die Polizei ansonsten jetzt vor? In dem Fall bildete sie eine 30-köpfige Sonderkommission, die die Ermittlungen führte. Ein interessanter Umstand war, der Händler war im Dezember 2011 und im Februar 2012 schon zweimal überfallen worden. Doch laut den Ermittlern gab es keine Anhaltspunkte, dass diese Überfälle im Zusammenhang mit dem jetzigen Mord standen. Die Überfälle wurden nämlich damals aufgeklärt. Wurde der Mann dabei auch verletzt? Das war nicht relevant. Die mutmaßlichen Täter von damals, ein 40- und ein 65-Jähriger, saßen zum jetzigen Zeitpunkt in Haft. Sie kamen also für den Mord gar nicht in Frage. Die Polizei suchte deshalb nach Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten im Zusammenhang mit dem Mord. Sie erkundigten sich auch zum Lebensumfeld des Opfers und seinen Gewohnheiten. Sie wollten wissen, wer zuletzt Kontakt zu dem Getöteten hatte. Und haben sie das rausgefunden? Sie taten sich am Anfang sehr schwer. In den ersten drei Wochen gab es keine einzige heiße Spur. Das teilten die Ermittler damals uns selbst mit. Es gab wenig Klarheit über die Hintergründe der Tat. Die Ermittler führten zahlreiche Vernehmungen durch, wollten mehr erfahren zu persönlichen und beruflichen Umfeld des Opfers. Am 8. Januar, also lange nach der Tat, gab es eine große Befragungsaktion. Autofahrer in Unterballbach wurden angehalten und befragt. Ziel der Befragung war es, für die Polizei Zeugen zu finden, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen rund um das Haus des Antiquitätenhändlers gemacht haben könnten. Es waren 30 Beamte im Einsatz. Sie konnten 500 potenzielle Zeugen identifizieren, die zum Zeitpunkt des Mordes da in der Gegend gewesen sein müssten. Was heißt 500 potenzielle Zeugen? Man dachte an Leute, die dort zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit am Tatort vorbeigefahren sein könnten und etwas gesehen haben könnten. Also liegt der Antiquitätenladen an einer vielbefahrenen Straße, wo viele Pendler vorbeikommen? Das kann man so sagen. Er liegt direkt an der Landstraße zwischen Bad Mergentheim und Tauberbischöfsheim. Auch Autofahrer, die nach Würzburg wollen, kommen hier vorbei, da die Straße auch zur Autobahn A81, der Autobahn nach Würzburg führt. Tatsächlich hat man auch die Befragungsaktion auf diesen Tag gelegt, weil es der erste Dienstag war, nachdem die Tat, also quasi der erste reguläre Dienstag in Anführungszeichen, nachdem die Tat stattgefunden hat. Weil dazwischendurch war ja Weihnachten und die Feiertage. Und dann hat man sich gedacht, okay, da sind quasi dann regulär auch wieder Leute unterwegs, die da vielleicht zur Arbeit unterwegs wären. Also zusammenfassend wird ein großer Aufwand betrieben, um den Tätern auf die Spur zu kommen, die den Antiquitätenhändler ermordet haben. Und letztlich kommt es dann auch zu einem Durchbruch bei den Ermittlungen. Was denn da passiert? Einige Wochen nach dem Mord, Ende Januar 2013, durchsuchte die Polizei plötzlich ein Haus in der Innenstadt von Bad Mergentheim, in dem eine zehnköpfige Familie aus Ungarn wohnte. Zehnköpfige Familie? Also Eltern mit acht Kindern quasi? Nein, es war ein buntes Durcheinander von Verwandtschaftsverhältnissen. Die genaue Zusammenstellung ist mir nicht bekannt. Aber für unseren Fall sind folgende Personen wichtig. Die Großmutter Viktoria galt als das Familienoberhaupt, die das Sagen hatte. Ihr Sohn Laszlo und dessen Cousin Adam werden später noch wichtig für uns sein und ihre beiden Enkelinnen Lena und Anna, die Töchter von Laszlo. Es gab für die Krippe offenbar Hinweise, dass die Bewohner des Hauses mit dem Mord zu tun hatten. Die Ermittler hofften, bei dieser Durchsuchung Beweise zu finden. Und der Verdacht gegen zwei Familienmitglieder, nämlich die beiden Cousins Adam P., 26 Jahre alt, und Laszlo P., 34, war dann so konkret, dass sie festgenommen wurden. Am Tag darauf gab es sogar einen Haftbefehl von der Staatsanwalt Moosbach wegen Verdacht des Mordes. Offenbar hatte sich der Verdacht sehr stark auf sie fokussiert. Okay, wie die Ermittler auf diese Cousins kamen, ich glaube, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber konnte die Polizei dann bei dieser Hausdurchsuchung die Beweise finden, die sie gesucht hatte? Sie fanden auf jeden Fall zahlreiche Gegenstände und beschlagnahmten sie als Beweismittel. Darunter Handys, Kameras und Schmuck. Einiges davon war offenbar Diebesgut einer Bande, die geplant richtig gehende Fischzüge in der Umgebung gemacht hatte. Ein Teil dieser Gegenstände konnte seinen ursprünglichen Eigentümern zugeordnet werden, womit klar war, dass hier gezielt Einbrüche begangen worden waren. Also die Leute konnten ausfindig gemacht werden, denen die Sachen gestohlen wurden. Wie hat die Polizei das denn gemacht? Richtig, einiges dieser Sachen waren als gestohlen gemeldet. Die Krippe überprüfte nun, ob die beiden Inhaftierten oder Personen aus ihrem Umfeld für Wohnungseinbrüche im gesamten Main-Tauber-Kreis und im benachbarten Kreis Würzburg verantwortlich sind. Sie rief dann dazu auf, dass sich Leute melden sollten, denen beispielsweise Schmuck gestohlen wurde, Broschen, Ringe oder Anhänger. Und die Polizei stellte Bilder von den beschlagnahmten Sachen ins Internet in der Hoffnung, dass die Leute ihre eigenen Sachen wiedererkennen. Da ging es aber, glaube ich, nicht nur darum, dass die Leute ihr gestohlenes Eigentum wiederbekommen, sondern da ging es auch, glaube ich, darum, dann da schon Hinweise im Zusammenhang mit dem Mord des Antiquitätenhändlers zu kriegen. Waren denn bei diesen Sachen, die man dort gefunden hat, bei der Hausdurchsuchung auch Gegenstände dabei, die aus dem Antiquitätenladen in Unterballbach gestohlen wurden? Das konnten die Beamten zunächst nicht wissen. Sie wussten ja nicht, was im Laden des Antiquitätenhändlers fehlte. Die Polizei fragte aber auch gezielt, ob jemand den gefundenen Schmuck früher mal besessen hat und vielleicht an den Antiquitätenhändler in Unterballbach weitergegeben hat. Die Polizei ging also wahrscheinlich da schon von einem Mord aus Habgier aus. Und hat sich der Verdacht bestätigt? Kamen die Ermittler zu diesem Ergebnis? Sehr viel später, im Mai 2013, galten die Ermittlungen von der Seite der Polizei offiziell als abgeschlossen. Grippe und Staatsanwaltschaft gingen dann davon aus, dass die beiden Verdächtigen Adam und Laszlo im Auftrag der 61-jährigen Familienchefin Viktoria handelten, die als Familienoberhaupt fungierte. Sie sollen den Antiquitätenhändler, der in ihren Augen sehr wohlhabend war, aufsuchen, um ihn zu berauben und wenn erforderlich auch zu töten. Das war offenbar das Ziel ihres Besuches. Sie sollten das Wohnhaus des Opfers durchsucht und Geld und Schmuck gestohlen haben, die sie dann dem Familienoberhaupt übergeben haben. Das waren die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen. Okay, also sind jetzt zwei Cousins aus dieser Familie festgenommen worden in Untersuchungshaft für einen toten Antiquitätenhändler, also mit dem Verdacht, dass sie ihn umgebracht haben. Bei ihnen hat man auch Diebesgut gefunden in ihrem Haus in Bad Mergentheim. Aber worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, welcher Hinweis hat die Polizei denn überhaupt zu diesem Haus in Bad Mergentheim geführt und auf die Spur der Cousins gebracht? Ich glaube, dazu ist es wichtig, dass wir vielleicht noch mal genauer über die Familie sprechen. Wir hatten vorhin ja schon mal kurz angemerkt, dass es sich dabei um eine Familie handelt, die aus Ungarn kommt. Die Frage, ob wir die Herkunft von Tatverdächtigen in der Berichterstattung nennen, beschäftigt uns ja auch im redaktionellen Alltag häufig. Man muss damit sehr verantwortungsbewusst umgehen, denn es besteht natürlich immer die Gefahr, Vorurteile zu schüren. Manni, an welchen Regeln orientieren wir uns denn da? Der Pressekodex sagt, die Zugehörigkeit zu einer Minderheit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Dadurch soll Diskriminierung vermieden werden. Der Presserat nennt aber auch Gründe für die Nennung der Herkunft. Man muss also immer abwägen. Ein Grund ist zum Beispiel, dass die Biografie der Täter eine Rolle spielt für die Geschichte. Bei unserem heutigen Thema ist das der Fall. Ja, das wird uns jetzt im Laufe der Folge ein paar Mal noch begegnen, warum das eine Rolle spielt. Lass uns vielleicht noch mal kurz die Familienstrukturen wiederholen, beziehungsweise welche Familienmitglieder sind denn für unsere heutige Folge wichtig und in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis stehen die zueinander? Im Kern steht die 61-jährige Viktoria P. Sie war die Mutter des 34-jährigen Laszlo und der 26 Jahre alte Adam war ihr Neffe. Laszlo P. hatte außerdem zwei Töchter, die damals 17-jährige Lena und die 13-jährige Anna. Okay, also Laszlo und Adam sind quasi diejenigen, die jetzt verdächtigt werden, den Antiquitätenhändler umgebracht zu haben. Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, die Viktoria ist das Oberhaupt der Familie. Wie ist das zu verstehen? Sie war die absolute Autorität in dieser Familie. Sie hatte das Sagen, sie schickte die anderen los, um zu stehlen, auf Fischzug zu gehen und ihr wurde auch die Beute abgeliefert. Also sie stand ganz klar an der Spitze dieser Familie. Also sie war sozusagen die Strippenzieherin. Genau so ist es. In manchen Artikeln der MeinPost über diesen Fall wurden damals ja Parallelen zwischen Viktoria P. und Mar Barker gezogen. Könntest du vielleicht mal erklären, wer letztere war? Einige ältere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen vielleicht noch das Lied Mar Barker von Boney M. Darin geht es um eine Frau, die wirklich existierte. Mar Barker, eigentlich Kate Barker, war eine Frau, die in den 1930er Jahren in den USA als Kopf einer kriminellen Bande galt. Diese Bande bestand unter anderem aus ihren Söhnen. Sie überfielen zum Beispiel Banken. Ob Mar Barker diese aktive Rolle wirklich hatte, gilt heute als strittig. Manche sagen, das FBI habe ihr diese Funktion angedichtet, um eine Entschuldigung zu haben, Mar Barker später erschossen zu haben beim Versuch, sie und ihren Sohn festzunehmen. Also die Viktoria P. aus unserem Fall ist quasi die Mar Barker von Unterbalbach beziehungsweise Bad Mergentheim, da sie ja in Bad Mergentheim wohnt. Genau, diese Parallele wurde damals gezogen. Weil Mütter erleben wir eher selten als Chefinnen einer kriminellen Bande. Viktoria P. soll ja laut Kripo den Mord an dem Antiquitätenhändler beauftragt haben. Sie ist also tatsächlich kein Kind von Unschuld. Im Gegensatz zu Mar Barker, die ja vielleicht gar keine so aktive Rolle hatte in diesem ganzen kriminellen Geschehen. Richtig. Zu dem Zeitpunkt, als sie der Anstiftung zum Mord verdächtigt wird, befindet sie sich tatsächlich schon wegen einer anderen Angelegenheit in Untersuchungshaft. Die Mordermittlungen im Fall des toten Antiquitätenhändlers führten auch dazu, dass andere Straftaten, die die Familienmitglieder verübt hatten, aufgedeckt wurden. Es hieß dann von Seiten der Staatsanwaltschaft, es handele sich um einen sogenannten Familienclan, der seine Einkünfte überwiegend durch kriminelle Handlungen einzelner Mitglieder finanziert haben soll. Ja, Familienclan ist jetzt auch wieder so ein strittiger Begriff. Er legt auf jeden Fall nahe, dass auch alle Mitglieder einer Familie Kriminelle sind. Das ist natürlich nicht richtig. Bei uns geht es ja jetzt vor allem um drei Personen, die dann am Ende des Tages auch, so viel können wir schon verraten, dann auch verurteilt wurden. Aber du sagst, die haben sich dadurch quasi ihren Unterhalt finanziert, Manni. Um welche Art von Verbrechen hat es sich denn da typischerweise gehandelt? Wir hatten ja schon erwähnt, die Polizei hat bei den Hausdurchsuchungen Wertgegenstände gefunden. Die, so vermutete man, stammen sehr wahrscheinlich aus Einbrüchen. Die Polizei ging also davon aus, dass die beiden Cousins und weitere Familienmitglieder für insgesamt neun Wohnungseinbrüche mit einem Schaden von über 100.000 Euro im Raum Würzburg und Bad Mergentheim verantwortlich seien. Und der Mord an den Antiquitätenhändlern unter Balbach war ja quasi nur die Spitze des Eisbergs, der jetzt scheinbar ein bisschen zum Einschurz kommt. Denn durch diese Ermittlungen kommen auch die ganzen anderen Verbrechen ans Tageslicht. Mittlerweile hat die Kripo jetzt ja auch schon drei Familienmitglieder festgenommen. Also die Viktoria und die zwei Cousins, Laszlo und Adam. Und ich glaube, jetzt ist endlich an der Zeit, das Rätsel zu lüften, wer denn der zentrale Hinweisgeber zu Beginn unserer Geschichte war, der die Polizei auf die Spur der Familie gebracht hat. Richtig. Den entscheidenden Schlüssel zur Erlösung des Falles lieferte den Beamten Peter H., ein Rentner aus dem Landkreis Würzburg, 61 Jahre alt, geschieden nach einem langen Rosenkrieg mit seiner Frau, getrennt von seiner Familie. Er hatte den Kontakt zu seinen Kindern verloren. Sie hatten sich alle von ihm abgewandt. Und wie steht Peter H. mit dieser Familie in Verbindung? Woher weiß er von den Machenschaften der Familienmitglieder? Peter H. war Stück um Stück in diese Familie hineingerutscht, mit der er ursprünglich gar nichts zu tun hatte. Er lernte sie über die Enkelin von Viktoria kennen. Die 17-jährige Lena P. traf er zufällig beim Spazierengehen in Bad Mergentheim und er war sofort fasziniert von ihr, obwohl er selbst so viel älter ist. Sie schien seine Zuneigung zu erwidern. Man traf sich immer wieder, sie begann in eine Beziehung. Man traf sich dann am Heuchlof in Würzburg zum Spazierengehen, fuhr auch gemeinsam in den Urlaub nach Ungarn. Peter H. ließ sich willig einspannen, der Familie hier und da zu helfen. Und handelt es sich da um echte Liebe zwischen Lena und Peter? Zumindest er will das glauben. Schon von Anfang an macht ihm das Mädchen schöne Augen und tatsächlich bereichert sie sich an ihm. Sie nimmt ihm gleich beim ersten Besuch Geld ab. Es fehlen ihm nachher Schmuckstücke und es fehlt ihm Geld. Er nimmt es aber offenbar in Kauf, weil ihm die Beziehung viel bedeutet. Und die bedeutet ihm so viel, dass er die Minderjährige bald sogar seinen Verwandten als Freundin und am Schluss gar als Verlobte vorstellt. Okay, nochmal kurz, das müssen wir nochmal kurz betonen. Der Mann ist 61, das Mädchen ist 17. Wie reagiert seine Familie auf diese Vorstellung? Sie waren empört und sie haben ihn zum Teil für verrückt erklärt, wie er später selbst sagte. Ja, und während seine eigene Familie ihn für verrückt erklärte, entwickelte sich eine ganz eigenartige Dynamik mit der Familie von Lena. Ja, du hast vorhin ja schon angemerkt, es gab da gewisse Hilfe, also er hat der Familie immer wieder geholfen und sie unterstützt. Wie war das denn? Der einsame alte Mann gerät in eine ganz seltsame Abhängigkeit zu dieser neuen Familie. Die gab ihm auf der einen Seite das Gefühl, dazu zu gehören, auf der anderen Seite nutzte sie seine Hilfsbereitschaft brutal aus. Er musste ihr als Fahrer dienen, er hat die Einkäufe bezahlt, er hat mit handwerklichem Geschick bei ihnen im Haus in Bad Mergentheim die Wasserleitung in dem Haus der zehnköpfigen Familie gerichtet. Machte sich so unentbehrlich, dass Oma Viktoria am Schluss zu ihm sagte, jetzt gehörst du zu uns. Und gleichzeitig zog sie die Schraube an, es kamen Geldforderungen. Die Familie wollte 50.000 Euro von ihm als Gegenleistung für das Verhältnis mit Lena, die man ja jetzt nicht mehr in Ungarn verheiraten konnte. Ja, man darf ja nicht vergessen, sie ist ja auch immer noch 17 Jahre alt und damit immer noch auch minderjährig, knapp. Ja, also sie wollten quasi, dass er für die Beziehung mit ihr bezahlt. Aber auf diese Forderung lässt er sich offenbar nicht gleich ein, also auf diese große Geldforderung erzögert. Und du schilderst in deinem Bericht, dass ihm gedroht wurde, sein Haus niederzubrennen, wenn er nicht bezahlt. Er wurde attackiert, bestohlen und bedroht, um Geld aus ihm herauszupressen. Worin gipfelte denn das alles? Die Familie wollte ihn völlig von sich abhängig machen. Sie stellte ihm gezielt eine Falle. Es war die Silvesterfeier 2012 auf 2013, also einige Wochen nach dem Mord an dem Antiquitätenhändler. Man hatte zusammen gefeiert und Peter H. war am Ende sehr betrunken. In der Nacht hat ihn die 17-jährige Lena P. natürlich nach Hause begleitet, aber nicht allein. Auch ihre 13 Jahre alte Schwester Anna war dabei. Und als Peter H. dann in sein Bett taumelte, lag da schon die 13-Jährige unbekleidet. Und zwar nicht zufällig. Denn die Großmutter hatte den Auftrag gegeben, dass die beiden Mädchen den Betrunkenen animieren, mit der 13-Jährigen intim zu werden. Die Ältere sollte diesen Akt heimlich mit dem Handy filmen. Und Ziel war es, ihn dann in Anschluss mit den Aufnahmen erpressen zu können. Er hat das später selbst vor Gericht zugegeben. Aber in diesem Moment erfuhr die Polizei davon, weil sie das Telefon von Viktoria P. abhörte, auf der Suche nach dem Mörder des Antiquitätenhändlers. Sie hatte die Familie bzw. Viktoria P. also schon unter die Lupe genommen. Wissen wir denn, wie das zu diesem Verdacht kam? Das war ja schon sehr, sehr bald nach dem Mord an dem Antiquitätenhändler. Zunächst hatte der Fund des Beils den Weg in Richtung Bad Mergentheim geliefert. Danach hatte die Polizei überlegt, wer die vielen Diebstähle verübt haben könnte. Und von da aus war es dann nur noch ein kurzes Stück zu dem Gedankensprung zu sagen, derjenige, der bei dem Antiquitätenhändler klauen wollte und ihn dann dabei umgebracht hat, könnte dieselbe Person sein. Aber letztlich beweisen konnte man das an der Stelle noch nicht, oder? Nein, es war nur ein Verdacht. Und die Polizei hatte zu dem Zweck, Beweise zu finden, die das Telefon von Viktoria abgehört. MeinPost News, die Nachrichten-App für dein Smartphone. Alle Nachrichten aus Mainfranken und der Welt. Jetzt kostenlos downloaden. Die MeinPost News App. Jetzt im App Store und bei Google Play. Okay, nach deinen Schilderungen haben wir jetzt neben einem Mord und Einbrüchen auch sexuellen Missbrauch und Erpressung auf der Liste der Straftaten, um die es uns heute geht. Ist der Plan von Viktoria P. denn letztlich aufgegangen? Also ist Peter H. sozusagen in die Falle getappt, die ihm gestellt wurde? Ganz klar ja. Die 17-Jährige brauchte offenbar nicht viel Überredungskunst, als sie Peter H. ins Schlafzimmer rief und ihn zu intimen Handlungen mit Anna bewegte. Und das, obwohl der Rentner das Alter der 13-Jährigen kannte. Das gab er später vor Gericht ja auch zu. Also Peter H. ist hier ganz klar nicht nur Opfer. Er wurde zwar in eine Falle gelockt, aber ich finde, wir sollten auch festhalten, dass es natürlich keinen rechtlich einvernehmlichen Sex mit einer 13-Jährigen geben kann, auch wenn sie sich nicht dagegen wehrt und wenn sie sich freiwillig ins Bett legt, wenn sie also suggeriert, dass sie damit einverstanden ist. Peter H. ist hier also ganz klar auch Täter, der sich an einem Kind vergreift. Hat er denn überhaupt irgendwann gemerkt, dass ihm eine Falle gestellt wurde? Als die ältere Schwester das Licht anknipste, um bessere Fotos machen zu können, da schwarnte ihm, er war in eine Falle geraten. Doch da war es schon zu spät, glaubte er zumindest. Am Telefon meldete die ältere Schwester der Oma per Handy, es hat geklappt. Aber es gibt keine Fotos, es war zu dunkel. Da konnte er sich schon ausrechnen, was da geplant war. Auch diese Worte sind übrigens auf der Telefonüberwachung der Krepo zu hören gewesen. Und wurde er dann wegen sexuellen Missbrauchs zur Verantwortung gezogen? Peter H. stand 2013 dann wegen schweren Missbrauch eines Kindes vor Gericht. Die 61-jährige Großmutter Viktoria P. musste sich in einem anderen Prozess wegen der Anstiftung zum Missbrauch ihrer Enkelin vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen Peter H. wegen sexuellen Missbrauchs fand ja in Würzburg statt. Und du warst auch vor Ort in der Verhandlung. Wie gab sich Peter H. denn vor Gericht? Dieser Vorfall hatte ihn völlig verändert. Ein früher kraftstrotzender Arbeiter war nur noch ein Schatten seiner selbst. Er hatte in der Untersuchungshaft einige Kilo Gewicht verloren. Der Anzug schlackerte ihm zwei Nummern zu groß am Leib. Und er saß völlig zerknirscht und völlig apathisch neben seinem Verteidiger Hanjo Schrepfer. Das hat ihn also schon sehr mitgenommen alles. Das kann man so sagen. Der Vorsitzende Richter selbst sagte, für mich machen sie den Eindruck eines gebrochenen Mannes. Dem Richter fiel auch auf, dass Peter H. immer noch von Zuneigung zu der 17-Jährigen sprach. Er ermahnte den Mann, wovon sie sich verabschieden sollten, ist die Hoffnung, dass von Seiten des Mädchens Liebe dabei ist. Aber der Rentner war den Tränen nahe. Er hatte die Illusion immer noch nicht verloren. Und wie hat er sein Verhältnis zu der Familie P. geschildert? Er hat dem Gericht zum Teil bizarre Geschichten über seine Erlebnisse erzählt. Die Familienchefin, die genauso alt ist wie Peter H., sollte er nur noch Mama nennen. Sie brachte ihn immer mehr unter ihre Kontrolle. Irgendwann durfte er nur noch unter Aufsicht in die Sparkasse oder zum Einkaufen. Eine andere Geschichte, die er erzählte, war, wie ein Familienmitglied ihn mit einem Messer attackierte, um ihn zum Gehorsam zu zwingen. Und Peter H., der aus mehreren Stichwunden heftig blutete, hat erst mal seine neue Familie nach Hause fahren müssen, bevor er zum Arzt gehen durfte. Ja, das ist vollkommen irre. Was hat Peter H. denn für ein Urteil erhalten? Das Gericht berücksichtigte, dass er geständig war und berücksichtigte auch, dass man ihn vielleicht noch als Zeugen brauchte. Der Richter und seine zwei Schöffen entschieden sich für eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung. Das forderte auch die Anklage so. Der Richter war bei den Schilderungen von Peter H. fast sprachlos und sprach ihn direkt an, wie kann man so blöd sein und sich in so etwas reinziehen lassen. Und er mahnte Peter H. außerdem, dass ihm womöglich später das gleiche Ende gedroht hätte wie dem Antiquitätenhändler Hans B. aus Unterballbach. Das ist auch wichtig, dass wir hier vielleicht nochmal betonen, die Klammer zwischen dem Vorfall in Unterballbach und Peter H., der jetzt vor Gericht steht, die wird sich jetzt gleich schließen. Wir werden nämlich gleich erfahren, was es damit auf sich hat. Genau. Der Richter sagt ja, ihm hätte das gleiche Ende gedroht wie dem Antiquitätenhändler. Also wenn er nicht gespurt hätte und nicht gezahlt hätte, was die Familie verlangte, hätten sie ihn irgendwann umgebracht. Das war sozusagen seine Vorstellung. Aber ich glaube irgendwie, dass sie das nicht getan hätten, weil sie hätten ja kein Geld mehr von ihm erpressen können. Was hätte er ihnen gebracht, wenn er tot gewesen wäre? Das ist wahrscheinlich immer das Schwierige an Erpressung, dass sie natürlich nur so lange funktioniert, solange der andere sich davon beeindrucken lässt. Klar. Du hast ja gesagt, Manni, er hat zwei Jahre auf Bewährung bekommen. Das heißt, er ist gar nicht ins Gefängnis gekommen. Das Urteil kommt mir ziemlich milde vor eigentlich für sexuellen Missbrauch einer 13-Jährigen. Und er hatte ja vielleicht auch irgendwas mit dem Mord am Antiquitätenhändler zu tun. Das Gericht begründete sein Urteil zum einen damit, dass der Angeklagte selbst durch Unterstützung für die Familie Schulden in sechsstelliger Höhe angehäuft hatte. Und es machte deutlich, dass er vermutlich in dem Dorf, in dem er lebt, nach seiner Freilassung dem Spott seiner Mitbürger ausgesetzt wäre. Das war tatsächlich so. Ist das nicht trotzdem ein untypisches Urteil in so einem Fall? Es ist ein sehr mildes Urteil. Und dass Peter H. diese milde Strafe erhielt, verdankte er auch seinem Geständnis, dass dem Mädchen einen Auftritt im Zeugenstand ersparte und seiner Bereitschaft zu einer Therapie. Vor allem aber hat diese Strafe wohl auch damit zu tun, dass ihn die Justiz zur Aufklärung des schweren Verbrechens des Trios aus Viktoria, Laszlo und Adam als Kronzeugen brauchte. Im Prozess hieß es, dass sich aus Sicht der Kripo nicht ausschließen lasse, dass weitere Mitglieder der Familie aus Ungarn eine Gefahr für den Zeugen darstellen könnten. Okay, also jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Fall des toten Antiquitätenhändlers. Du hast ja gesagt, er ist Kronzeuge. Wir wissen, dass Peter H. die Polizei auf die Spur der Familie gebracht hat. Aber warum hat er so gehandelt? Er hat doch die ganze Zeit vorher sich total von ihnen ausnutzen lassen, hat alles für sie gemacht, hat nicht gemuckst, selbst als er verletzt wurde. Egal wie schlecht sie ihn behandelt haben, hat er immer alles für sie gemacht. Warum hat er auf einmal jetzt kalte Füße bekommen und sie an die Polizei verpetzt? Dazu müssen wir zuerst einmal sehen, wie die Polizei überhaupt auf Peter H. aufmerksam wurde. Er hat sich nämlich gar nicht aus eigenen Stücken gemeldet. Ein anonymer Anruf bei der Polizei brachte Ende Januar den Fall um den Missbrauch ins Rollen. Offenbar war einem männlichen Familienmitglied die Rolle der 13-Jährigen gar nicht recht und er hatte verraten, dass Peter H. das Kind missbraucht hatte. Da wollte ich eh noch einmal einhaken. Die Polizei hat doch schon von dem Missbrauch der 13-Jährigen Anna gewusst. Weil sie die Telefonate der Familie abgehört hatte. Wieso sind die da eigentlich nicht vorher eingeschritten? Es lässt sich nicht immer zurückverfolgen, mit wem eine abgehörte Person spricht. Deshalb war ein direktes Eingreifen zugunsten des Kindes faktisch unmöglich. Über das abgehörte Telefonat bekam die Polizei allenfalls dann Kenntnis von dem Missbrauch der 13-Jährigen. Und durch den Hinweis jetzt, ja auch erst eigentlich nur wenige Wochen später nach dem Mord im Januar und durch den Hinweis wird die Polizei jetzt aufmerksam auf Peter H. Was erzählt er den Beamten und warum? Zu diesem Zeitpunkt suchte die Polizei ja bereits seit einigen Wochen die Männer, die in Unterbalbach den Antiquitätenhändler erschlagen und beraubt hatten. Durch die Aussage von Peter H. kamen sie der Lösung des Mordfalls näher. Der gestand nämlich in der Vernehmung, er habe den Vater der 17-Jährigen, Lena, und dessen Cousin... Also Laszlo und Adam. Genau. ...am Mordabend zum Tatort nach Unterbalbach fahren müssen. Allerdings ohne zu wissen, was sie vorhatten. Das half der Kripo bei der Beweisführung entscheidend weiter. Denn laut seinem Anwalt Schrepfer wurde sein Mandant zunächst als Komplize betrachtet, dann aber nur noch als Zeuge. Möglicherweise erkannte der 61-Jährige nach seiner Festnahme, wer ihn verraten hatte und beschloss, sich zu revanchieren. Es kommt also schließlich jetzt zu dem Prozess gegen das Familientrio aus Oma Victoria und den Cousins Adam und Laszlo. Was wird diesen denn nun überhaupt vorgeworfen? Zu den Vorwürfen gehören Mord aus Habgier, schwerer sexueller Missbrach von Kindern, schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung. Wie war denn die Stimmung vor Gericht? Wie ist die Verhandlung abgelaufen? Der Gerichtssaal war brechend voll. Die Leute waren neugierig, was für eine Art von Bande den Antiquitätenhändler getötet haben soll und voller Erwartung, was bei diesem Prozess herauskommt. Am ersten Prozestag berichtete Peter H. als Kronzeuge von seinen Verstrickungen mit der Familie und wie er die beiden Männer nach Unterbalbach fuhr. Und die Tatverdächtigen, haben die sofort alles gestanden oder haben die die Taten abgestritten? Also einer der beiden, der 34-jährige Laszlo, der Vater der beiden Mädchen also, hat den Mord gestanden. Sein Cousin Adam schwieg hingegen und Victoria weinte, verstand angeblich kein Wort Deutsch und ließ übersetzen, ich weiß von nichts. Okay, was ist dann weiter passiert am zweiten Prozestag? Sagen auch die beiden Töchter aus? Das jüngere Mädchen Anna sagte aus. Sie hatte sich bis zur Verhandlung im Zeugenschutz befunden, war von der Polizei also im Verborgenen gehalten worden, damit niemand Druck auf sie ausüben konnte. Sie hatte erkennbar Angst vor ihrer Großmutter und wollte in ihrer Anwesenheit keine Aussage machen. Dann schilderte die mittlerweile 14-jährige erschütternde Einzelheiten, dass ihre Oma die Mörder zu dem Antiquitätenhändler geschickt habe. Sie seien zurückgekommen, hätten blutverschmierte Kleidung angehabt und ihr Vater und ihr Onkel hätten ihr verboten, darüber zu sprechen. Welchen Eindruck hat denn eigentlich die 14-Jährige vor Gericht auf dich gemacht? Also in welcher Verfassung war die? Hat die das klar artikulieren können, was ihr da passiert ist oder war sie total verängstigt? Sie hatte große Angst auszusagen, hat aber dann sehr klare Aussagen, also für ihr Alter sehr klare Aussagen zu dem Tatgeschehen gemacht. Ja, man muss sich ja auch vor Augen halten, das ist ja immer noch ihre Familie, gegen die sie da aussagt. Dass sie allein schon in den Zeugenschutz muss, sagt ja auch viel aus über die Familie. Äußerte sich Anna dann auch zu den Ereignissen in der Silvesternacht und welche Rolle ihre Großmutter dabei spielte? Ja, sie erzählte, die Großmutter drohte ihr mit Prügel, wenn sie sich weigere, mit dem Rentner Peter H. intim zu werden. Und später in der Verhandlung wurde Viktoria P. dann mit den Aussagen ihrer Enkelin konfrontiert. Wie hat sie denn darauf reagiert? Sie war von einem Moment zum anderen wie ausgewechselt. Als sie auf die Anklagebank zurückgeführt wurde, hörte sie von der Aussage ihrer Enkelin. Sie gab sich völlig fassungslos, schüttelte dramatisch den Kopf, raufte sich die Haare und rief, ich fühle mich nicht schuldig. Plötzlich sprach sie Deutsch und machte ihre Enkelin unentwegt schlecht. Ein wahrer Watschwall brach aus ihr heraus. Das Kind habe geklaut und seine Mutter ins Gefängnis gebracht. Es habe wahllos mit Männern Sex gehabt. Auch der 61-jährige Erpresste habe sie völlig zu Unrecht belastet, behauptete die Chefin des Familienclowns. Gab es da zu dem Zeitpunkt noch irgendjemanden, der sie entlastet hätte, also der ihre Version des Ganzen gedeckt hat? Laut ihren damaligen Verteidigern hoffte sie, dass die 17-jährige Lena zu ihrer Entlastung beitragen würde. Die war auch als Entlastungszeugin geladen. Doch das ist misslungen, denn allen Ankündigungen der Verteidigung zum Trotz erschienen die nicht vor Gericht. Und weiß man wieso? In Ermittlerkreisen hieß es, dass sie lieber ihrer Arbeit in Ungarn nachgehe, als jetzt vor Gericht zu erscheinen. Okay, also hat das Gericht quasi nur die Aussagen von Peter H. und von der 13-jährigen Anna. Sind die Aussagen dann glaubhaft? Wie bewertet das Gericht das? Die Aussage der jungen Anna war so überzeugend für das Gericht, da hatte das Gericht keine Zweifel und schloss bereits nach zwei Tagen die Beweisaufnahme. Dem Vorsitzenden reichten diese zwei Tage, um Mama Viktoria und ihre Auftragsmörder zu überführen. Die Beratung dauerte nur kurz, dann fiel das Urteil dreimal lebenslänglich. Diese Entscheidung wurde später auch beim Bundesgerichtshof als richtig bestätigt. Der Vater der beiden Mädchen, Lars Luppé, hatte ja schon gestanden. Wissen wir da mehr über sein Geständnis, was er da genau gesagt hat? Das kam bei uns in der Berichterstattung damals tatsächlich relativ knapp vor, also die Rolle von Lars Luppé. Wir hatten dann eher einen Fokus auf die Verwicklungen von Peter H., der ja bei uns aus Würzburg kam. Insgesamt ein riesiger, komplexer Fall ist also schon schwer genug, das in der Zeitung in einer ansprechenden Länge zu erzählen. Hier haben wir allerdings jetzt die Zeit, ich habe nochmal nachgelesen, in der Pforzheimer Zeitung und in der Rhein-Neckar-Zeitung, da ging es auch nochmal um das Verhalten von Lars Luppé und da hieß es eben, dass er schon relativ zu Anfang des Prozesses gestanden hat. Er hatte es so dargestellt, dass er meinte, ich habe gedacht, wir können dort Geld besorgen. Beim Antiquitätenhändler. Genau, beim Antiquitätenhändler. Und seine Mutter und sein 26-jähriger Cousin, die hat er entlastet. Also er sagte zwar, sein Cousin war mit dabei, aber ansonsten hat er ihn entlastet. Zum Tathergang, er hat es so dargestellt, dass er dachte, dass niemand zu Hause sei in Unterballbach. Und deswegen hat er dann die Tür aufgebrochen und erst dann wurde ihm klar, ah, der Händler ist doch daheim. Und er hat sie dann auch bemerkt und da wusste er sich dann angeblich nicht anders zu helfen und hat ihn mit einem Gipserbeil erschlagen. Was sie zufällig dabei hatten. Genau. Und beide waren angeblich angetrunken. Ich schätze mal, das kannst du vielleicht was dazu sagen, Manni, dass sowas dann auch behauptet wird, um vielleicht eine Schuldminderung oder so eine Strafminderung zu bekommen. Und vom Tatort hat er angeblich auch nichts mitgenommen. Das entspricht ziemlich genau dem, was er vor Gericht erzählt hat. Aber es war eine sehr geschönte Version der Ereignisse, die durch die Ermittlungen der Kripo in vielen Bereichen klar widerlegt sind. Es fehlte ja Schmuck. Man nimmt auch keinen Beil mit und erschlägt dann jemanden, wenn man gar nicht damit rechnet, dass jemand da ist. Naja, vor allem auch neunmal. Das kam ja dann später auch raus. Das war schon ein hilfloser Versuch, die eigene Schuld ein bisschen weniger groß darstellen zu sehen. In einem Artikel zu diesem Fall schilderst du auch noch eine spannende Szene, die sich nach der Verhandlung zugetragen hat. Magst du uns die noch einmal erzählen? Jedem, der diese Gerichtsverhandlung erlebt hat, war klar, dass es ein ganz bestimmtes Verhältnis zwischen Viktoria und dem Mann aus dem Landkreis Würzburg gab, der in Abhängigkeit von dieser Familie war. Und schlaglichtartig wurde dies am Ende des Prozesses noch einmal klar, als Viktoria P. nach dem Urteil murrend in Handschellen die Treppe aus dem Gericht hinuntergeführt wurde. Und es kam vor der Tür des Gerichts zu einer unhofften Begegnung. Dort stand nämlich der 61-jährige Peter H. gerade, den Mama erpresst hatte und der eigentlich um sein Leben hätte fürchten müssen. Sie trat auf ihn zu und verlangte von dem Mann, den sie ausgeplündert hatte, knurrend eine Zigarette und Feuer. Und noch immer reichte diese merkwürdige Abhängigkeit so weit, dass er ihr beides gehorsam und wortlos hinstreckte, fast demütig. Und dann knurrte sie ihn an, du weißt, dass es so nicht war. Und dann wurde sie ins Gefängnis abgeführt. Eine Frage, die für mich noch offen ist bei dem Ganzen, war denn Peter H. der einzige, ich sag jetzt mal ältere Herr, der auf diese Weise versucht wurde auszunehmen oder in eine Falle zu locken? Schon am Rande von dem Prozess gegen Peter H. und auch in Moosbach bei dem Mordprozess war die Rede davon, dass die Familie das mit mehreren anderen Männern auch versucht hat, allerdings mit keinem, mit dem gleichen oder ähnlichen Erfolg wie bei Peter H. Damit sind wir jetzt ja schon wieder fast am Ende unserer heutigen Folge. Und man muss wirklich sagen, dieses Trio aus Viktoria, Laszlo und Adam hat wirklich wenig an Straftaten ausgelassen. Sie haben gelogen, gestohlen, erpresst und gemordet. Und sie haben auch Dritte in kriminelle Machenschaften reingezogen. Also den, in Anführungsstrichen, armen Peter H., wobei ich auch finde, dass man ihn jetzt nicht so nur als Opfer sehen kann. Er hat ja auch sich einiges geleistet und ist sicherlich nicht ganz unschuldig an dem Ganzen. Absolut. Besonders erschütternd ist, finde ich, dass das Trio nicht einmal vor ihrer eigenen Familie Halt gemacht hat. Die damals 13-Jährige kann einem ja wirklich leid tun bei diesen Verwandten. Und gleichzeitig ist es natürlich auch sehr schrecklich, dass sie im Endeffekt dann auch gezwungen war, gegen mit ihrer Aussage ihren eigenen Vater ins Gefängnis zu bringen und auch ihre Oma, wobei das Verhältnis da ja nochmal schwieriger war offensichtlich. Es bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es ihr heute gut geht. Wobei man eines sagen muss, völlig egal, kann sie zumindest einem Familienmitglied nicht gewesen sein. Nämlich demjenigen, der die Polizei dann auf den Missbrauch hingewiesen hat. Was ironischerweise dann auch dazu geführt hat, dass die Mörder des Antiquitätenhändlers aus Unterballbach dann überführt wurden. Also vielleicht hat sich dann am Ende des Tages da auch jemand geopfert. Aber das wissen wir wahrscheinlich nicht, weil immer noch unklar ist, wer denn diesen anonymen Hinweis gegeben hat auf Peter H. Auf jeden Fall war es ein Glück, dass es jemand getan hat. Zum einen würde der Mordfall nicht aufgeklärt worden sein und auch die ganzen anderen Machenschaften der Familie wären wahrscheinlich nicht so ans Licht gekommen. Und womöglich wäre der Missbrauch an der 13-Jährigen weitergegangen. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Ihr könnt uns natürlich auf Instagram folgen, da freuen wir uns. Oder tretet unserer Facebook-Gruppe bei, die heißt Mordsgespräche True Crime aus Unterfranken. Da könnt ihr auch nochmal über diesen Fall diskutieren, was ihr davon haltet, was ihr von Peter H.'s Rolle in dem Ganzen haltet. Ja, und falls ihr eine Frage habt oder Kritik, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an podcast.meinpost.de. Ja, und vielen Dank, Manni, für die spannenden Schilderungen dieses Falls. Sehr gerne. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Bis dann.